Ich baue zu Hause was. Reed, hat es funktioniert? Das weiß ich noch nicht. Wir haben Ihnen sechs Jahre und Millionen von Dollar gegeben. Sieh uns dagegen gar nichts. Was ist jetzt so anders? Reed Richards, er hat ein funktionsfähiges Modell entwickelt. Es gibt kaum Schärfe und Verstand als den, der in diesem Raum versammelt ist. Macht ja echt Spaß, dich hier zu haben. Wirklich? Nein. Ihr könnt jetzt in andere Dimensionen reisen. Zusammen könnt ihr den Lauf der Geschichte verändern. Fünf. Und ihr seid echt bereit dafür? Ja. Drei. Sind wir. Drei. Eins. Infolge eines tragischen Unfalls. Weisen alle Überlebenden einzigartige physische Fähigkeiten auf. Für diese Fähigkeiten gibt es in unserer Welt endlos viele Einsatzmöglichkeiten. Als Waffen? Als Waffen? Alles, was ich wissen will, ist, wo sind meine Kinder? Du hast ja keine Ahnung, was sie mit dir vorhaben. Hör bitte zu. Darum bin ich doch überhaupt hier. Ich will nur meinen Freunden helfen. Das kannst du nicht. Niemand kann das. Ihr habt keine Ahnung, was kommen wird. Was wird kommen? Das Ende eurer Welt ist der Beginn der Meinen. Er ist stärker als jeder von uns. Aber nicht stärker als wir alle zusammen. Fantastic Four. Seid ihr bereit für was Heißes? Soll ich schon mal die Feuerwehr holen? Im Kino. Und ihr seid echt bereit dafür? Ja. Sind wir. Wir können jetzt in andere Dimensionen.